Hallo und herzlich willkommen auf Ewalds Eiland. Ich bin gestern auf ein großartiges Erzeugnis der Qualitätspresse aufmerksam geworden, das ich Ihnen hier gerne vorstellen würde. Und zwar handelt es sich um diesen Artikel hier, der eine interessante Darlegung feministischer Geschichtsauffassung beinhaltet. Und über diese, also die Geschichtsauffassung, möchte ich heute sprechen, weniger über die eigentliche Stoßrichtung des Artikels. Das heißt, das Video hier wird so eine kleine Geschichtsstunde oder so was. Aber kommen wir zunächst zum Artikel. Der heißt Female Choice, Männer müssen auch ohne sexuellen Erfolg respektabel werden. Das ist ein Interview mit einer Maike Stoverock, die nicht etwa einen Bachelor in Gender Studies hat, sondern eine promovierte Biologin ist. Wir haben hier also eine Dame, die in einer anspruchsvollen Disziplin akademische Würden erreicht hat und die ihr neues Buch tatsächlich beim gleichen Verlag veröffentlicht, in dem einst auch Ernst Jünger erschienen ist. Ja, das scheint also eine Dame von Format zu sein. Und die Kernaussage ihres Artikels oder ihres Interviews ist im Prinzip, dass die Ehe oder eine langjährige monogame Beziehung Frauen irgendwie unterdrückt und dass deshalb jede Frau mit verschiedenen Männern Kinder bekommen sollte. Die Männer fungieren also sozusagen als zeugungsdienliche Lebensteilabschnittsgefährten, wobei diese Kindererzeuger sich nur aus dem leistungsfähigsten Teil der gesamten Männerschaft rekrutieren sollen. Und der Rest der Männer lebt eben im Zölibat. Ja, das ist quasi feministische Eugenik. Und das klingt in der Praxis so, hier das Zitat, Ein Muster der Female Choice ist, dass 80% der Frauen sich für 20% der Männer entscheiden, die, mit denen sich das Beste aus der Zivilisation machen lässt. Ja, ich lasse das einfach mal so stehen und spare mir einen Kommentar dazu. Vielleicht gibt es ja andere YouTuber, die das gebührend kommentieren. Mir geht es in diesem Video einzig um das Geschichtsbild, das hinter solchen Forderungen zum progressiven Gesellschafts- und Bewusstseinsumbau steht. Schauen wir uns dieses Geschichtsbild mal im Einzelnen an. Grundsätzlich ist es ja bei vielen heutigen Feministen so, dass ein paradiesischer Urzustand, ein Urmatriarchat, wie es häufig auch heißt, durch den Sündenfall des Mannes beendet wurde, der dann die Geschichte des Patriarchats beginnen ließ. Und dieses Patriarchat, das hat bekanntlich heutzutage in der Form des weißen, heteronormativen kapitalistischen Patriarchats, also gemeint sind westliche Demokratien, seine perfiseste und schlimmste Ausprägung erreicht. Ja, und bei dieser Michael Stowrock, da klingt das dann so, wenn wir zurückgehen zu einem nicht von der männlichen Zivilisation geprägten Urzustand, dann ist ein Kind Teil einer Gemeinschaft von Schwestern, Tanten, Großmüttern und anderen Männern. Erst durch die männliche Zivilisation ist das Muttersein auf einen 24-7-Job für die Frau eingeengt worden. Ja, und nur nochmal, um das auch wirklich klarzustellen, die Dame ist promovierte Biologin und hat damit intellektuell wesentlich mehr erreicht als die allermeisten, mich inklusive. Man könnte sich angesichts dieser Zeilen aber fragen, ob die jemals ein Geschichtsbuch in die Hand genommen hat. Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte hindurch, nämlich haben die meisten Frauen Knochenarbeit verrichtet. Ganz einfach deswegen, weil sie das tun mussten, um zu überleben. Ja, und wenn man in eine Zeit vor der männlichen Zivilisation, was auch immer das sein soll, wenn man in eine Zeit davor zurück will, dann muss man offenbar sehr, sehr weit zurückgehen. Denn schon die älteste mir bekannte schriftliche Überlieferung, das Gilgamesch-Epos, trägt deutliche Zeichen einer Verseuchung durch männliche Zivilisation. Da beauftragt nämlich der König von Uruk, Gilgamesch, über einen Mittelsmann eine Geweihte, also wohl eine Tempelprostituierte. Sie solle mit ihren weiblichen Reizen den Tiermensch Engidu für die Zivilisation gewinnen. Aber es klingt schon mal nicht besonders matriarchalisch. Jedenfalls, dieser Plan gelingt auch. Die Geweihte führt Engidu, der bislang mit den Gazellen in der Wildnis hauste, in die Freuden der Wollust ein und bringt ihn in das umfriedete Uruk zur Wohnstadt von Anu und Ishtar. Ja, und mit Gilgamesch und Engidu beginnt dann wohl die erste literarisch festgehaltene Männerfreundschaft der Weltgeschichte. Die erleben lauter toxisch-maskulin anmutende Abenteuer, wie den Kampf gegen den Riesen Chumbaba aus dem Zedernwald oder die Auseinandersetzung mit dem Himmelsstier der Ishtar. Und der Tod des Engidu, der wird dann Anreiz für Gilgamesch, sich auf die Suche nach der Unsterblichkeit zu begeben. Eine Suche, die letztendlich nicht erfolgreich ist, aber doch Gilgamesch zu höherer Erkenntnis führt. Ja, dieses Gilgamesch-Epos ist also sehr toxisch-maskulin und geht wahrscheinlich auf Geschichten zurück, die aus dem dritten Jahrtausend vor Christus stammen. Das heißt offenbar, schon damals hatte die männliche Zivilisation den paradiesischen Urzustand zerstört und das Muttersein auf einen 24-7-Job eingeengt. Man muss also, wie gesagt, sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen, um diesen Urzustand zu finden. Und das Problem an diesem Urzustand dürfte also sein, dass es keinerlei schriftliche Quellen gibt, die seine Existenz belegen, sondern nur archäologische Hinterlassenschaften, wie vielleicht ein paar Knochenfunde, Pfostenlöcher oder Höhlenmalereien. Ja, und von diesen auf eine Gesellschaftsordnung und auf eine Geschlechterordnung zu schließen, das ist dann schon ein recht komplexes Unterfangen. Also ich will ganz ehrlich sein und einräumen, dass ich, was diese Urgeschichte der Menschheit angeht, keinerlei belastbare Kenntnisse habe, aber von einem weithin verbreiteten Matriarchat habe ich noch niemals etwas gehört, außer von Feministen, geschweige denn von einem in irgendeiner Weise paradiesischen Urzustand. Ja, ganz im Gegenteil ist es wohl so, dass Krieg oder organisierte Gewalt und mit ihr die sogenannte toxische Maskulinität schon immer Teil menschlichen Daseins waren, auch lange vor dem, was wir Zivilisation nennen. Wenn Sie sich beispielsweise an den Ötzi erinnern, das ist der berühmteste aller tiefgefrorenen Südtiroler, der ist nicht an Kälte oder Hunger gestorben oder an rechter Hetze bei Twitter, sondern durch eine Gewalttat. Ja, und ein Pazifist war der wohl selber auch nicht gerade. Und das verwundert auch nicht, denn in einer Zeit, die von Mangel, Hunger und ständiger Todesgefahr geprägt ist, kann Gewalt ein lohnendes Mittel sein, das eigene Überleben zu sichern. Ja, Gewalt ist einfach ein Teil der menschlichen Handlungsoptionen. Und Asargat zufolge haben Jäger und Sammler zwar grundsätzlich die Möglichkeit, einer Konfrontation auszuweichen, da sie ja nicht unbedingt ortsgebunden sind, aber da, wo Ressourcen konzentriert sind, beispielsweise reiche Fischgründe, da kämpfen diese Gruppen durchaus um den Zugang zu solchen Ressourcen und bilden auch ein entsprechendes Wertesystem aus. Ja, soll heißen also, selbst in der Zeit, bevor die Menschen sesshaft geworden sind, waren die Menschen wahrscheinlich keineswegs friedfertig. Und als die Menschen schließlich sesshaft wurden, hat sich zwar die Bevölkerungsdichte, nicht aber die Kampfbereitschaft grundsätzlich geändert. Ja, wo da also dieses paradiesische Urmatriarchat sein soll, das erschließt sich mir nicht unmittelbar. Und einige Hinweise auf das Leben in der Jungsteinzeit bieten die Dugumdani. Das ist ein Naturvolk aus Papua-Neuguinea, das in den 1960er Jahren noch vollkommen unberührt von jeglicher Zivilisation von Anthropologen besucht und untersucht wurde. Ja, und diese Dugumdani sind also Bauern, Hirten, vor allem aber Krieger. Die sind äußerst kriegslustig und kriegstüchtig und erziehen ihre Söhne zuallererst zu Kampf und Streit. Jeder männliche Dani ist immer auch Krieger. Ja, und etwa jeder Dritte dieser männlichen Dani wird dann auch sein Leben in einer gewaltsamen Auseinandersetzung verlieren. Oder nehmen Sie die Yanomami aus dem Amazonasbecken. In der englischen Literatur heißen die Yanomamo. Da gibt es zwei Populationsgruppen von und bei einer dieser beiden Gruppen sterben nach Schätzungen etwa 40 Prozent der Männer an Gewalteinwirkung. Das ist schon reichlich viel und mehr als bei den Dani. Aber es gibt Naturvölker, die selbst das noch toppen. Und nur um das klarzustellen, gegen diese Prozentzahlen sind die beiden Weltkriege und ist der mexikanische Drogenkrieg der reinste Streichelzoo. Ja, und es ist durchaus möglich und auch wahrscheinlich, dass unsere Vorfahren auf vergleichbare Weise gelebt haben. Ja, wie der Ötzi ja irgendwie nahelegt. Nicht jedes Naturvolk ist in erster Linie ein Kriegervolk. Aber die kriegerische Stammesgesellschaft ist eine der Formen, in denen sich Menschsein manifestiert und sie ist eine evolutionär erfolgreiche Form. Also kurz und bündig, mir erscheint es recht kühnlich, für die früheste Zeit der Menschheitsgeschichte ein paradiesisches Matriarchat zu postulieren. Das heißt natürlich nicht, dass die Dugumdani oder die Yanomami nicht auch friedlich sein könnten. Auch diese Leute lieben ihre Kinder und wünschen sich, dass ihre Kinder ein gutes Leben haben. Aber matriarchalisch sind die nicht im Ansatz. Ja, bei den Dhani hat man noch in den 1960ern den Brauch beobachten können, dass sie den Geist eines verstorbenen Mannes besänftigen, indem sie einer weiblichen Verwandten ein Fingerglied abtrennen oder auch zwei. Ja, dieses Fingeropfer. Und mit dieser Praxis wird schon bei kleinen Mädchen begonnen. Viele erwachsene Frauen der Dhani haben an jedem Finger außer am Daumen nur noch ein oder zwei Glieder. Ja, selbst bei Völkerschaften auf dem materiellen Niveau der Jungsteinzeit scheint also diese männliche Zivilisation, von der diese Feministin da spricht, bereits Einzug gehalten zu haben. Wo ist da das Matriarchat? Wo ist diese paradiesische Vorstufe? Und dies nur am Rande, wo die Dame doch hier ihre Eugenik-Vorschläge da vorgebracht hat. Die Gewaltsamkeiten unter den Yanomami, die entzünden sich häufig an dem, was wir Ehebruch nennen. Ja, also ein Mann spannt einem anderen die Gefährtin aus. Beide Männer treffen aufeinander und gehen mit zweihändig geführten, schweren Keulen aufeinander los, die sie sich immer gegenseitig auf den Kopf schlagen. und die Verwandten der beiden Kontrahenten, die eilen dann zu Hilfe und schlagen ebenfalls tüchtig dran. Ja, das heißt also, manche Männer sind anscheinend bereit, erhebliche Risiken einzugehen, um eine Sexualpartnerin zu gewinnen oder zu behalten. Und das könnte ja auch vielleicht evolutionäre Gründe haben, neben kulturellen Gründen. Das wäre ja eine Möglichkeit, für eine Biologin da mal drüber nachzudenken. Ja, weil ja diese Dame hier plant, einen Großteil der Männer lebenslang im Zölibat verharren zu lassen. Da ist wohl eine sehr erhebliche Umerziehungsanstrengung vonnöten, um diesen Männern den Sexualtrieb auszutreiben. Ja, und diese Maike Stowrug, die formuliert das hier folgendermaßen, oder begründet das so, wenn wir zurückgehen auf die Tierwelt, dann ist das Männchen, das keine Partnerin findet, der Normalfall. Das Premium-Männchen, das kein Problem hat, sich fortzupflanzen, ist die Ausnahme. Wir müssen Wege finden, wie Männer auch ohne sexuellen Erfolg als Männer respektabel werden. Wer Erfolg bei Frauen hat, ist automatisch ein toller Hecht, der andere hingegen eine arme Wurst. Ob er witzig ist, ein toller Musiker, ein fantastischer Erzähler, diese Eigenschaften zählen nicht. Im Prinzip bestand der Kern dieser ganzen männlichen Kultur über 10.000 Jahre daraus, eine 1 zu 1 Versorgung hinzubekommen. Jeder Mann kriegt eine Frau. Soweit Maike Stowrug. Und ich hätte jetzt mir nicht träumen lassen, dass jemals eine Feministin mit evolutionsbiologischen Argumenten für das Sexualmonopol des Alpha-Männchens eintritt. Aber auch hier muss man noch mal betonen, die Lebensweise sehr ursprünglicher menschlicher Gemeinschaften, die kennt dieses sogenannte Premium-Männchen. Im heutigen Wissenschaftsdeutsch heißen diese Leute Big Men, also große Männer, die haben, was die Auswahl an Sexualpartnerinnen angeht, freie Wahl und vereinen einen kleinen Harem um sich, so ein wenig wie ein osmanischer Sultan, nur natürlich auf etwas niedrigerem Niveau, während andere Männer eben partnerlos bleiben. Ja, und wie Michel Houellebecq in der Ausweitung der Kampfzone beschrieben hat, nähern wir uns diesem Zustand heutzutage auch wieder ein wenig an. Insofern zumindest als Liebe und Sexualität in der westlichen Moderne ja den Gesetzen des freien Marktes unterworfen sind. Wenn die Ehe kein Sakrament mehr ist, werden sich die sexuell attraktivsten viele Partner aussuchen können und ein sehr reichhaltiges Sexualleben haben, während die unattraktiven ganz einfach leer ausgehen. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Wir haben mich erstaunt jedes Mal die Zuversicht progressiver Kulturverbesserer. Man könne Männer so umerziehen, wie die Feministen das wollen, und hier in diesem Fall muss man sie ja so umerziehen, dass sie das unfreiwillige Zölibat als einen erstrebenswerten Zustand betrachten. Weil sie dann vielleicht noch witzig sind oder ein toller Erzähler oder ein Musiker. Macht das dann alles nichts. Also ich persönlich, ich bin nicht witzig, ich bin kein toller Musiker und auch kein fantastischer Erzähler. Was bleibt da für mich? Was hat der Feminismus mir anzubieten? Warum sollte ich das wollen? Aber zurück zum feministischen Geschichtsbild, um das es ja hier eigentlich gehen soll. Wie schrieb doch die Dame hier im schönsten Akademikerdeutsch, erst durch die männliche Zivilisation ist das Muttersein auf einen 24-7-Job für die Frau eingeengt worden. Die Frau als Mutter ist ein Ideal der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, denn vorher war dieses Lebensmodell für nennenswerte Bevölkerungsteile schon rein wirtschaftlich überhaupt nicht tragfähig. Also diese schlesischen Weber beispielsweise, deren Leid Heinrich Heine beklagt hat, diese Weber sind Männer, Frauen und Kinder. Da sind immer alle mit dabei. Ja, denn früher gab es noch ein generisches Maskulinum und eine geschlechtersensible Heine-Gesamtausgabe gibt es zum Glück noch nicht, meines Wissens. Kann auch nur eine Frage der Zeit sein. Jedenfalls haben diese schlesischen Weber in Heimarbeit mit der ganzen Familie Vor- und Zwischenprodukte für einen proto-industriellen Unternehmer hergestellt, der sie eben zu Hause besuchte und sie mit den Rohstoffen ausstattete und ihnen auch das Material wieder abnahm, was sie hergestellt haben. Und dafür wurden die Weber oftmals nicht mit Geld, sondern mit irgendwelchen minderwertigen Ramsch bezahlt. Ja, und dann mit der aufkommenden maschinellen Massenproduktion können dann diese Weber mit ihrer Heimarbeit einfach nicht mehr mithalten. Ja, die können einfach nicht schnell genug produzieren, um diese Maschinen irgendwie, also um denen gleichwertig zu sein. Ja, das heißt, in den Weber-Familien hat also wirklich jeder und jede mitgearbeitet, der oder die zwei Hände hatte, weil man sich anders einfach nicht ernähren konnte. Ein Alleinverdienertum des Mannes gab es da überhaupt nicht. Ja, und nicht nur bei den Weberern war das so. Also bis ins späte 19. Jahrhundert hinein traten in Deutschland viele vermeidbare Kinderkrankheiten auf, die verursacht oder begünstigt wurden, weil kleine Kinder tagsüber keine Muttermilch bekamen, sondern eben Tiermilch. Ja, weil die Mutter unterwegs war, um zu arbeiten und weil die ihr Kind nicht säugen konnte. Den 24-7-Job für die Mutter, die nur Mutter ist und nichts anderes, den gab es damals nicht, zumindest nicht für die allermeisten Frauen. Erst im 19. Jahrhundert werden und das bis in den Hochadel hinein Liebesehe und Familienleben zum angestrebten Ideal. Die Privatsphäre und die Freizeit bekommen einen gänzlich neuen Stellenwert. Aber natürlich bleibt die einzig als Mutter tätige Frau auch dann ein Ideal und nicht Realität, wie diese Biologin so leichtfertig behauptet hat. Ja, mein Großvater war Lehrer und hat wohl nicht so schlecht verdient. Trotzdem hat es nicht gereicht, um Hausbedienstete anzustellen und so musste meine nicht berufstätige Großmutter neben der Versorgung der vier Kinder morgens um halb sechs den Kohleofen anschmeißen, von Hand die Wäsche waschen, einkaufen, drei Mahlzeiten für insgesamt sieben Personen zubereiten und, wie es eben dem bürgerlichen Ideal damals entsprach, jedes Wochenende das Haus wirklich auf Hochglanz putzen und all die anderen Dinge, die man in den 1950ern als Hausfrau eben tat. Diese Vorstellung, das Muttersein in der männlichen Zivilisation sei ein 24-7-Job für die Frau ist vollkommen absurd. Ja, erst zu Wirtschaftswunderzeiten wurde es Facharbeitern und einfachen Angestellten möglich, als Alleinverdiener eine Familie zu versorgen, in der die Frau dank Waschmaschine, Zentralheizung und Supermarkt hauptsächlich Mutter sein könnte. Diese Zeiten des Alleinverdienenden Familienvaters sind aber bekanntlich vorbei. Haben wir also diese männliche Zivilisation bereits hinter uns? Oder was war eigentlich diese männliche Zivilisation? Anders fragt sich die Zeit auch, wann begann die männliche Zivilisation, die bis heute unsere Gesellschaft prägt? Ja, das weiß also die Zeit. Wo liegen für sie die Anfänge des Patriarchats? Und die Stowrock antwortet, in dem neuen System des bewirtschafteten Landes. Vor rund 10.000 Jahren begannen die Männer ein Konstrukt zu etablieren. Bei Feministen gibt es immer lauter Konstrukte. Um den von ihnen geschaffenen Besitz zu sichern, um das Land, das Haus, die Feldfrüchte, das Vieh beisammen zu halten, auch für zukünftige Generationen. Die Männer standen in der Öffentlichkeit, die Frauen wurden mehr oder weniger weggesperrt. Und da hatten sie dann auch einfach nicht viel anderes zu tun, als sich um die Kinder zu kümmern und den Haushalt zu organisieren. Durch die auf Besitz basierende sesshafte Lebensweise haben Männer und Frauen Frauen in eine Abhängigkeit gezwungen, indem sie ihnen Besitz verboten. Sie zwangen Kinderbeute in arrangierte Ehen und verteilten das weibliche Paarungsmaterial so nach ihren Prioritäten unter den Männern. Die Mädchen und Frauen hatten keine eigene Entscheidung mehr. Hier haben sie wohl auch wieder dieses sozialistische Ideal von der Abwesenheit des Privatbesitzes. Und natürlich ist es gemeinhin so, dass bei arrangierten Ehen auch der Bräutigam eher wenig Wahlmöglichkeiten hat, nicht zuletzt, weil auch er oftmals ein Kind ist, wenn die Ehe arrangiert wird. Ja, und bis ins 19. Jahrhundert hinein, wo sich das wie gesagt ändert, ist die Ehe eine wirtschaftliche Union zweier Familien. Wenn die Ehepartner sich mögen, dann ist das schön und erstrebenswert, aber zwingende Voraussetzung einer Ehe ist das keineswegs. Wenn in einer mittelalterlichen Stadt ein Gerbergeselle stirbt und eine Witwe hinterlässt, dann schaut die Zunft, ob unter den ledigen Gesellen jemand ist, der als Ehemann in Frage kommt. Und wenn ja, dann wird man den beiden naheliegend zu heiraten, weil damit die Versorgung der Witwe wie auch des bislang ledigen Gesellen sichergestellt wird. Ja, ob die sich jetzt über alles lieben, das ist ja eher sekundär. Das sind eben die Schrecken der männlichen Zivilisation. Aber es geht auch anders. Es gibt auch eine bessere Gesellschaft. Und die Zeit fragt oder sagt, sie beschreiben die Rolle der nomadischen Frau als sehr viel selbstbewusster, als das im gängigen Kontext oft wahrgenommen wird. Da sitzt sie am Feuer und wartet, dass der Mann mit dem erlegten Tier nach Hause kommt. Die Storrock sagt, bei den Nomadenstämmen gab es nicht so eine harsche Grenze zwischen Privathaushalt und öffentlichem Leben. Die Jagdbeute und die gesammelten Früchte wurden gemeinsam verarbeitet und trotz der Arbeitsteilung Männer jagen, Frauen sammeln, haben die Frauen als Ernährerinnen der Gruppe eine riesengroße Rolle gespielt. Im schlechtesten Fall waren die Männer Tage oder Wochen unterwegs. In dieser Zeit mussten die Frauen die Gruppe versorgen und sich sehr selbstständig in ihrem Habitat bewegen. Ja, hier haben sie also diese nomadische Gesellschaft, wo Menschen frei und ohne Unterdrückung sind. Ich bin da auch alles andere als ein Spezialist. Ich bin eher ein Gritin. Aber ich wäre doch sehr vorsichtig, diese nomadische Gesellschaft als grundsätzlich freier und frauenfreundlicher darzustellen. Natürlich wissen wir von den frühen Nomaden nicht allzu viel, aber über einen der späteren Nomaden ist da recht viel bekannt. Einen gewissen Temüjin, den die Welt später als Genghis Khan kennen und lieben lernen sollte. Ja, und dieser Temüjin, der hatte eine Mutter namens Huelun Yijin und eine Frau namens Börte. Und beide dieser Frauen waren in ihrer Jugend geraubt worden von Männern. Huelun Yijin, nämlich von Jesugai, der mit ihr Genghis Khan zeugen würde. Ja, und Börte von Männern aus dem Nachbarstamm der Merkit bis eben Temüjin. Es gelang sie aus den Händen der Merkit wieder zu befreien und dann hat er sie geheiratet. Ja, und noch heute ist es anscheinend in manchen ländlichen Regionen Zentralasiens Sitte, als Jüngling seine Braut zu entführen und zwar recht buchstäblich zu entführen. Das ist teilweise ritualhaft und geschieht wohl auch mit dem Einverständnis der Eltern. Aber wirklich freiwillig lässt sich nicht jede Braut mitnehmen, zumindest wenn Sie mal hier diese YouTube-Videos gucken, ist das nicht so. In nomadischen Gesellschaften gilt eben oft das Recht des Stärkeren, auch weil es kein sichtbar umfriedetes Land mit klaren Besitzverhältnissen gibt. Ja, und wer im Durchschnitt der Stärkere ist, das muss man einer promovierten Biologin wohl nicht erklären. Nun, habe ich schon mal gesagt und sage es noch mal, meine Kenntnisse der menschlichen Urgeschichte sind also ausbaufähig. Es mag sein, dass die Frauen einer Höhlenmenschenfamilie sehr viel freier waren als die Frauen aus Uruk im Zweistromland aus dem Gräsermeer der Großen Steppe oder dem niederschlesischen Peterswaldau, die nämlich alle einem Monarchen untertan sind und einer mehr oder weniger hierarchisch gegliederten Gesellschaft angehören. Ja, wohl so ziemlich alle Menschen der schriftlich erfassten Geschichte glaubten, die Frau sei geschaffen, dem Mann eine dienstbare Gefährtin zu sein. Aber diese Überzeugung der Feministen nach einem paradiesischen Urmatriarchat sei alle Schlechtigkeit, alle Unterdrückung und alle Hierarchie erst durch die Gier des bösen Mannes auf die Welt gekommen. Diese Vorstellung erscheint mir reichlich absurd. Und vollends lächerlich wird es dann, wenn man für die Zeit vor dem 19. Jahrhundert von einer Beschränkung der Frau auf die Kindererziehung fabuliert. Aber vielleicht geht es hier ja gar nicht darum, was wahre ist, mit Sicherheit ist die Autorin nicht dumm und es wäre naja, dumm, ihr das zu unterstellen. Ja, den Fehler machen übrigens viele und sagen, Feministen sind dumm. Aber diese feministische Eugenikerin hier wird, nur um das nochmal zu betonen, immerhin vom Klett-Kotter-Verlag, also einer echten Perle der Branche, dafür bezahlt, ein Buch zu ihrem Thema feministische Eugenik zu schreiben. Feministen und progressive Aktivisten sind nicht dumm. Ich werde dazu vielleicht nochmal ein Video machen, aber das wäre jetzt an dieser Stelle viel zu viel. Ich möchte sie aber eindringlich davor warnen, die Kameradinnen von der anderen Feldpostnummer einfach für dumm zu halten, denn die sind alles nur nicht dämlich. Ja, und vielleicht geht es ja auch in Artikeln wie diesen hier gar nicht um Wahrhaftigkeit und logische Stringenz, sondern um politische Wirkung. Und was das angeht, kann den Feministen momentan wirklich niemand, auch nur ansatzweise das Wasser reichen. So, zum Schluss noch ein Hinweis. Ich habe in diesem Video etwas über die traditionelle Lebensweise der Dugum Dani berichtet, wie sie von Anthropologen in den 1960er Jahren beobachtet und miterlebt wurde, nicht wie sie heute ist. Ob man diese enorm gewaltgeprägte Lebensweise und die Praxis des Fingeropfers jetzt für wertvoll hält oder nicht. Sie ist ein Teil der Vielfalt menschlichen Lebens. Auch die Dani sind Geschöpfe Gottes und haben eine einzigartige Kultur. Und diese urtümliche traditionelle Lebensweise, die wird in absehbarer Zeit verschwinden oder sie ist schon verschwunden, denn die indonesische Regierung begünstigt seit Jahrzehnten Einwanderung in das Gebiet der Dugum Dani, wo die klimatischen Bedingungen sehr günstig ist, wo Platz ist und Bodenschätze hat man da um Gottes Willen leider auch schon gefunden. Über kurz oder lang wird es also die Dani und ihre Welt nicht mehr geben und anstelle ihrer hölzernen Wachtürme, Hütten, Zäune und Feuerstellen werden sich in allen Gärten und Tälern des Hochlands die Betonquader, Glasfassaden und Leuchtreklamen der Zivilisierten verbreiten. Jedenfalls nur um das klarzustellen, heute leben die Dani nicht oder überwiegend nicht mehr so, wie ich es vorhin erläutert habe. Ja, was uns angeht, hoffen wir, dass unsere Lebensweise noch eine Weile vorhält. Bleiben Sie gesund mitsamt Ihrer ganzen Familie und erfreuen Sie sich des Lebens.